Also, weiter geht's hier vom World Club Dome in Frankfurt, Winteredition. Ist ja was Besonderes, wir sind hier in der Halle. Viele Leute kleiden sich so, als würden sie gerne draußen in der Sonne feiern. Die Halle ist relativ kalt, würde ich fast behaupten. Aber trotzdem ist die Stimmung gleich am Kochen, gehe ich von aus. Neben mir sitzt Joy, grüß dich, hallo. Schön, dass du da bist, finde ich richtig stark. Wir machen ja einen Podcast und man weiß nicht, ob jetzt alle dich kennen oder nicht. Deswegen, ich gehe mal davon aus, auch bei mir, ey, lass uns von vorne starten. Wer sitzt da? Und erzähl mal irgendwie zwei, drei Sätze. Woher kennt man dich? Was machst du? In welche Kamera muss ich gucken? Ich glaube, die da. Die? Ja, aber du kannst einfach zu mir sprechen, das ist auch in Ordnung. Also, ist in Ordnung, darf ich? Ja, ich würde mich sehr freuen, das ist sehr angenehm. Ja, ich bin Joy, TV. Genau, muss man dazu sagen, ja. Muss man nicht, aber... Das ist einfacher dann. Dann können die Leute mich direkt finden, wenn die, ne? Ja, sollen sie. Genau, ich mache, ja, so in erster Linie TikTok, Instagram, jetzt auch YouTube. Ah, okay. Ich mache da Comedy-Content. Ja, das finde ich spannend, ja. Ja, also, ich weiß nicht, also ich bin immer überrascht, dass Leute mich tatsächlich auch so erkennen, weil ich sehe in meinen Videos ein bisschen anders aus. Ja, okay. Äh, ein bisschen mehr geschminkt und ein bisschen anders. Was machst du für Comedy? Äh, ich mache Comedy bezogen auf Frankfurt. Ah, okay. Ja, bin ich genau richtig hier, ich fühle mich hier wohl. Ja, es ist ja auch eine schöne Stadt, ich finde es ja auch geil. Ich bin hier geboren. Okay, du bist real. Ich bin real. Real 069 sozusagen. Ja, ich habe dafür gesorgt. Ich habe mir eine Fake-Gebotsurkunde aus Frankfurt besorgt, damit mich keiner anmeint. Also, äh. Ich finde Frankfurt tatsächlich sehr angenehm, obwohl ich aus Hamburg komme. Ehrlich? Ja. Bist du jetzt hierhin? Ja, ich bin hierher gekommen. Ja, für den World Club-Dom. Achso, achso. Ja, aber ich meine, also nicht hergezogen, nur für jetzt gerade, aber ich finde es sehr schön. Es tut mir leid. Du findest du schön? Ich finde es schön. Ich finde Frankfurt ist sehr sauber, überraschenderweise. Ich finde Frankfurt ist eine sehr saubere Stadt. Ich kenne nicht alle Ecken, aber wenn ich das jetzt mit Berlin vergleiche, was bei mir auf der Sauberkeitsskala ganz unten ist, ja, und vielleicht Hamburg ganz oben, dann ist Frankfurt schon sehr nah an Hamburg. Ja, das stimmt aber, das stimmt. Ich finde, also Frankfurt ist ja grundsätzlich auch so ein bisschen, ja, so in den Verruf gekommen, finde ich blöd. Ja, kann ich auch nicht nachvollziehen. Ja, aber es gibt, es gibt, ich finde 90% schöne Orte und dann natürlich, aber es gibt in jeder Stadt. Und ich kriege auch ganz viel bei mir unter meinen Kommentaren, es sind auch ganz viele Leute, die sagen, ja, aber das ist doch in jeder Stadt so, das ist in jeder, dann ist es auch, ne? Finde ich auch. Gut, ich habe mich jetzt auf Frankfurt bezogen, ich komme aus Frankfurt, ich liebe Frankfurt, ich will so ein bisschen über Frankfurt reden und, aber tatsächlich, also ich glaube, Frankfurt ist noch die schönere Stadt von den Großstädten in Deutschland. Finde ich auch. Oder kann man auch sagen. Kann man so sagen. Machst du dann so, also ich weiß gar nicht, was ein Hamburger Klischee, Entschuldigung, ein Frankfurter Klischee ist, aber du musst ja, wenn du Comedy machst, irgendwas machen, was Leute checken, dass es auch Frankfurter Comedy ist. Ja, korrekt. Was sind denn Frankfurter Klischees so? Also ich habe mich tatsächlich, ich habe das Klischee jetzt nicht erfunden, ne? Ja. Ich habe mich da so selber, also bei meinem Content finden, habe ich mich selber auf Klischees besucht. Okay. Und habe aber mir so gedacht, so, oh nee, also gerade so diese Mädels, ne, die man dann so unter den Frankfurter Mädels, also gerade, wenn man so in die Richtung geht, ne, in den Kommentaren, alles voller Frankfurt, ja, bestimmt aus Frankfurt, Frankfurt, Frankfurt. Und da habe ich mir gedacht, okay, warum nehme ich das nicht, aber mach ne sehr sympathisch wirkende Person draus. Ja, und jetzt die Leute, ne, also, die Leute, die meine Videos mögen natürlich, die anderen nicht, aber die Leute, die meine Videos mögen, die, ja, die denken sich dann, oh cool, Frankfurt, ich will unbedingt mal nach Frankfurt. Mega. Du bist du, also, du bist quasi die, du representest Frankfurt in einer ganz positiven, ganz positiven Art. Ich gebe mein Bestes. Ja, mega gut. Aber wenn du jetzt aus Frankfurt kommst, ist World Club Dome für dich auch, äh, gängig. Klar. Ja. Bist du, also nicht dein erstes Mal hier, oder bist du sonst, ne? Nee, das ist, nee, mein zweites Mal. Im Sommer, also letztes Jahr im Sommer war ich, war ich im Eintrachtstadion. Wie war's? Oh, es war so, es war so geil. Ach schon. Es war so geil. Also wirklich, das war eine andere Dimension. Also wirklich, äh, super krass. Ich war früher schon auf ganz vielen anderen Festivals. Okay. Aber das war schon ein anderes Level. Also, deswegen, ich bin auch mega froh, dass ich die Einladung bekommen hab. Ich bin super gerne hier. Geil. Und freu mich einfach auf die, auf die Winter Edition. Es ist, mir ist grad warm. Also es gibt ein paar Gänge, die sind ein bisschen frisch, aber an sich, die Leute sind geil drauf und dann ist es einem auch einfach warm. Ja, und sie haben sich auch wirklich krass gestylt, oder? Es geht für die Winter Edition. Ich hab gedacht, im Sommer, ja, check ich, Sonne scheint, da will man irgendwie auffallen. Ja. Aber hier in der Halle, es sind ja Hallen. Ja. Und hier wird auch richtig aufgefahren. Also die Leute sehen mega aus. Ja. Ich bin jede Zeit mir so, boah, cool, die sieht so schön aus. Also es ist der Wahnsinn. Die haben sich, ich liebe das ja, ne? So Festivals und dann sehen die Leute auch so aus, ne? Ja, so muss es auch sein. Ja, ich finde es. Positive Stimmung, gute Vibes mitnehmen. Voll. Wie ist es bei dir mit Musik? Also hat das bei dir einen großen Stellenwert in deinem Leben? Oder sagst du, naja, es geht eigentlich? Also immer. Musik muss immer sein. Ich bin ein bisschen speziell, was meinen Musikgeschmack angeht. Ja, hau raus. Früher habe ich sehr viel Metal gehört. Ja, finde ich überhaupt nicht speziell. Ich persönlich finde es nicht speziell. Ja, gar nicht. Und du auch? Ja. Blinzeln zweimal? Ich brauche nicht, ich brauche nicht Blinzeln. Wirklich. Ne, wirklich. Lieblingsband? Naja, Metal, also wenn du jetzt, also Oldschool Metal muss ich schon fast sagen Metallica. Okay. Aber das ist natürlich ein bisschen Oldschool. Ansonsten finde ich natürlich auch Bring Me The Horizon geil, sowas. Weißt du, so eine Mucke feiere ich schon. Aber ja, erzähl weiter. Jetzt haben wir doch einen Nenner hier beim World Club Dom EDM Festival, dass wir über Metal reden. So kann es nämlich auch gehen. Ja, oder? Ja, aber es soll ja auch um Musik gehen. Musik verbindet. Richtig, richtig. Ja, und vielleicht geben wir gerade Anstöße für zukünftige Acts, die auch eingeladen werden. Ne, also Metal war ein großes Ding. Also meine ganze Jugend war nur Metal, Metalcore, Hardcore, Beatdown. Also so richtig auch diese ganzen Subgenres. Ja. War ein großer Teil meines Lebens. Dann, ich komme aus dem Balkan. Okay. Deswegen ist auch so ein bisschen immer Balkanmusik dabei gewesen. Und ja, also was ganz anderes. Warte mal, Balkan ist so, schau mir, klär uns auch, was ist Balkanmusik. Das ist spezielle Instrumentierung, oder wahrscheinlich? So Akkordeon und so Zeugs? Ja. Ja, ne? Ja, ja, ja. Aber das ist eher so traditionell. Es gibt natürlich auch einfach so, ja, einfach Pop und Rap und sowas. Einfach auf Serbisch, Kroatisch, Bosnisch. Geil. Ich feiere das auch. Wirklich. Ja. Da bin ich sehr drin auch. Okay. Aber ich muss dazu sagen, manchmal höre ich immer noch ein bisschen Metal rein. Und ich habe jetzt Techno so ein bisschen entdeckt. Ja. Mit dem Remix von Bennett. Ja. Du meinst dieses französische Lied. Vos ihr Tranchement? Genau. Was richtig schön stammt. Ja, warte mal, der Film, die Kinder des Monsieur. Monsieur Mathieu. Ja, genau. Da kommt es ja, ne? Wahnsinn. Ja, geiler Track. Wahnsinn. Fand ich auch Hammer. Ja, oder? Aber ich glaube, der ist nicht hier, der Bennett. Nee, der ist nicht hier, glaube ich, ne? Ich weiß auch nicht genau, ob man hier sagen darf, dass man Techno hört, weil EDM und Techno ist was, ich weiß nicht ganz. Ich kann mich dann gleich, Entschuldigung, nur falls ich gerade irgendwie so rassumisieren muss, ist es zu mir leid. Es wird da auch niemand sauer sein. Okay, gut. Ich bin mir nur nicht sicher, ob das, wir müssen da genauso wie Metal auch hier differenzieren, glaube ich. Ja, auf jeden Fall. Weißt du so? Aber das kann ich nicht, leider. Leider, aber vielleicht nächstes Jahr vielleicht, ne? Wenn ich hier nochmal sitzen würde. Ja, unbedingt. Dann habe ich auf jeden Fall mehr Ahnung, Leute. Ich verspreche es euch. Naja, du wirst auf jeden Fall hier heute Abend noch sehr geile Lichtshows sehen. Das kennst du ja aus dem Sommer, aber hier in der Halle stelle ich es mir nochmal sehr eindrucksvoll vor und habe da auf jeden Fall Bock drauf. Ich habe da super Bock drauf. Joy, pass auf, die Redaktion hat mir noch zwei Fragen an die Hand gegeben. Ja, gern. Und du merkst ja, ich bin, also ich frage einfach mal raus, so. Und die Redaktion möchte gerne wissen, bist du in deinem Freundeskreis auch als die Lustige, die Gäckige bekannt? Oder sagen die, ne, der ist ja nicht ganz anders. Äh, ne, tatsächlich bin ich, also genauso wie ich vor der Kamera bin, bin ich tatsächlich auch. Also genau wie ich jetzt hier sitze und auch Celine, ja, ja. Freundeskreis ist ganz gut, weil ich habe eigentlich wenige Freunde, ich habe weniger ein Freundeskreis, also so zwei, drei Freunde. Keep it simple. Ja, oder? Ja, wirklich. Und ja, deswegen, aber da bin ich auf jeden Fall. Also ich muss dazu sagen, Celine, die Figur, die Spiele, die hat ihren Ursprung auch echt so ein bisschen aus meinem Alltag raus, weil ich habe tatsächlich so geredet, immer mal wieder so geredet mit meinen Freunden. Ich habe einfach irgendwann gemerkt, ich kann es einfach. Weißt du, was meine? Kannst du jetzt easy umschalten, ne? Natürlich. Natürlich. Frag irgendwas, ich bin nicht so oft in Frankfurt, aber ich finde es ja schön und ich wollte einfach nur beim Bäcker was kaufen und sie sagt, ob ich ein Tütchen, also ob ich eine Tüte möchte und sie sagt, das ist ein Tütchen. So, ja, ja. Also aber ja, der Style ist es, ne? Es schliebt. Es schliebt. Ja. Es schliebt. Okay, easy beantwortet. Ja, und die andere ist ein bisschen allgemeiner gehalten, aber hattest du im letzten Jahr, bei dir ging es, glaube ich, auch gut ab im letzten Jahr, hattest du da irgendwie ein Highlight, wo du sagst, Mensch, da bin ich besonders stolz drauf, oder? Wie viel Zeit hast du? Ja, komm mal, mach mal. Also ich hatte sehr viele Highlights. Okay, ich beschränke mich mal. Die besten 20. Sag mal den nächsten bitte ab. Ja, ja. Also Highlight war, boah, Battle of the Socials. Ja, glaube ich. Supergeiles Event. Highlight war, ich war bei RTL, war cool. Was hast du da gemacht? Da kam ein Beitrag, ich durfte bei der Wochenshow quasi mitmachen. Oh cool. Lachen verbindet. Da war ich einen Tag dann so quasi stellvertretend da. Supergeil, wer kann das schon, also hätte ich nie gedacht, dass ich das mal sagen kann. Mega. Ja, RTL war cool. Ich kann mich nicht beschränken. Okay, aber sind doch, also halb wir fest, Battle of the Socials und RTL, aber nein, sind gute Sachen dabei. Ich verstehe das. Und gerade, wenn man so gefragt wird, da tut man ja auch den Sachen Unrecht, weil man natürlich was vergisst. Richtig. Ja, ist lang. Ich war auf der Bühne das erste Mal. Als, äh, in, 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 in character? Ja, in, in character. Wirklich? Drei Mal in Frankfurt. Okay. Äh, in Bochum und in, äh, Neumünster und das war schon. Ja, erzähl, wie war das, weil, wenn du Content für TikTok machst oder für YouTube, dann, dann weißt du, naja, gut, ich kann's editieren. Wenn's mir selber nicht gefällt, dann ist es jetzt für die Tonnisch. Ist egal. Aber Publikum, live? Ich hab gedacht, wirklich vorher, ne? Ja. Ich scheiß mir in die Hose. Glaube ich. Also wirklich, ich, ich, weil ich wusste es nicht, ne? Man, man kennt das ja so, selbstsouveräne Leute, die, bei denen du denkst, oh, das sind bestimmt total locker, selbstsouveräne Leute, die hängen da vor der, hinter der Bühne und haben Schiss, ne? Deswegen dachte ich mir, ich werd da umkippen, ne? Aber das war irgendwie gar nicht so. Und dann war ich beim ersten, also Frankfurt war auch die geilste. Freitagspot, warte. Warum, das ist so, das war 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 so. Weil das ist auch fast viel zu lustig, ey, wirklich. Funktioniert bei mir auch. Ja, und es war so, also es war richtig geil und ich hab richtig Bock. Ihr wird grad zugewunken, du? Ja. Für alle Leute, die nur den Podcast konsumieren und keine Bilder sehen. Ich küsse ich eigentlich, ja. Alle lachen, du machst es, alle rassen aus. Das ist ja fantastisch. Mach noch einen ganz schnell, die Feier. Um ihn gut, hallo. Es ist Hammer, wirklich. Cool, oder? Ey, wirklich, Hammer. Ich lieb's, ey. Ich glaub, weil du so ne Souveränität hast, weißt du? Du hast so ne positive Ausstrahlung dabei. Ja. Ja, du nimmst, nee, wirklich, du nimmst dir einfach, hör auf, du nimmst dir einfach direkt mit. So, jetzt Bühne nochmal. So, genau. Und, ja, also es war super geil und ich hab, ich hab Angst gehabt, weil ich mir dachte, natürlich will man irgendwann, wenn man kommen will, die Macht auch mal auf der Bühne stehen. Hm. Ne, vielleicht jetzt nicht regelmäßig Stand-Up, aber man will auf jeden Fall mal irgendwann auf die Bühne. und deswegen hatte ich Angst. Ich hatte Angst, dass ich dann da runtergehe und sag, das ist gar nichts für mich, ne? Ja, ja, verstehe ich. Aber es ist voll was für mich. Ich hab so Bock, ey, ich hab so Bock, ja. Dann würdest du da weitergehen, hundertprozentig. Ja. Wenn du da wirklich... Drück mir die Daumen. Ich drück dir ganz doll die Daumen, wenn du daran einen Gefallen gefunden hast. Ja. Und dann würdest du da weitergehen. Ja. Lass uns doch eine schnelle Frage aus dem Katalog hier nehmen, aus dem Glaster nehmen. Weißt du, warte, kommst du da ran? Ne, warte mal kurz. Da sind nämlich Fragen drin, die, da kann alles Mögliche drin sein und niemand weiß ja, wer diese Fragen bekommt. Das Schöne ist, ich stelle sie dir nicht direkt, das heißt, es kann was Unangenehmes sein, was Lustiges, was ganz Normales. Guck einfach rein. Ich hoffe, unangenehme Sachen. Ja? Sonst denken wir uns eine unangenehme Frage aus. Gemeinsam. Nee, nee, so meine ich ja. Gemeinsam. Die du dann beantwortest. So. Welche ist die beeindruckendste Live-Aufführung, die du je gesehen hast? Meine. Und damit ist sie sehr sympathisch, Leute. Joy TV. Bodenständig. Bodenständig, ehrlich. Das ist mein zweiter Vorname. Celine, Bodenständig, Frankfurt. Sehr gut, sehr gut. Nee, also Live-Aufführung. Ja, ist auch eine, ist genau so eine Frage, wie war das Beste im letzten Jahr. Vielleicht hast du irgendwelche Erinnerungen, wo du sagst, Mensch, da habe ich zum ersten Mal echt eine geile Show gesehen, vielleicht auch als Kind, das ist mir irgendwie in den Kopf geblieben. Also das ist wirklich, das kommt jetzt mega cringe und cheesy rüber. Hammer. Hammer. Wollen wir doch, das wollen wir doch. Äh, letztes Jahr, World Club Dome. Okay, das habe ich nicht erwartet, muss ich ganz ehrlich sagen. Okay, das will ich. Aber wirklich, ich schwöre gerade, das ist nicht, weil ich jetzt hier sitze. Ja. Da war ja auch David Guetta, ne? Und das war, wie gesagt, ich bin neu in dieser Musik drin. Und ich stand da und da kam David Guetta und ich dachte mir so, meine Güte, ich weiß, ich habe auf einmal, ich habe auf einmal genau verstanden, wieso Leute diese Musik hören. Es war ganz, also es war ganz krass, hätte ich nicht gedacht, weil ich bin sehr speziell. Sagt das Metal-Mädchen. Ja, ja. Sagt das Metal, genau, richtig. Ja, ja. Und das war aber, boah, das war, das hat so reingehauen, dass ich echt danach gesagt habe, krass, ich glaube, ich könnte das hören. Hammer. Hammer, sehr, sehr sympathisch. Das war krass, das war krass. Vielen Dank für deine Zeit. Ja, sehr gerne. Das war sehr angenehm. Wie nennen wir den Podcast jetzt? Ich habe noch gar keinen Namen. Oh. Also, guck mal, der Kern ist, ich unterhalte mich mit prominenten Menschen, mit bekannten Leuten und wir reden so über. Hör mal auf jetzt. Ja, wir reden, wirklich, wir reden über Musik und haben eine gute Zeit und eigentlich ist es nicht vorbereitet, eigentlich ist es Freestyle. Ja. Weißt du? Das ist aber auch das, okay. Das ist vielleicht das Unique. Ich habe hier Zettel, aber ehrlich gesagt, ich kann es auch nicht so gut lesen. Kann es auch nicht. Ich wollte gerade sagen, du kannst es auch nicht lesen. Scheiße. Nicht so schlimm. Ja, schreib eine E-Mail, wenn es dir auffällt. Ist auch okay. Was guckst du dir jetzt an? Weißt du das? Willst du jetzt feiern? Ich gehe jetzt mit dem Feiern. Ja. Mit Apfelsaft. Ich habe gesehen, ihr habt Apfelsaft. Apfelsaft ist so besser auf der ganze Milch. Ich habe einen super Apfelsaft. Ihr habt einen super Apfelsaft. Mit Blubberwasser drin. Nee, das meint ihr nicht so. Nee? Dann haben wir keinen guten Apfelsaft gerichtet. Wir haben nur den einen. Nee, ihr habt Apfelsaft. Echt? Ohne Blubberwasser? Oh ja. Ja, das andere ist ja Apfelschorle. Ach so, das kennst du oder was? Ja, natürlich. Überbrühe was du mal deine Aussagen. Scheiße. Ja, ich weiß nicht. Ich gucke überall mal rein. Ja, das ist auch gut. Wirklich, das ist gut. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg für dieses Jahr. Danke sehr. Sehr, sehr angenehm. Wirklich. Geht alle auf JoyTVs Channels. Abonnieren bei YouTube, abonnieren bei TikTok. Du kannst es nur machen, ich kann es nicht. Aber ich versuche es gerade zu adaptieren. Ey, das machst du super. Vielen Dank. Wir gehen jetzt feiern auf dem Worldclub-Dom. Richtig. Vielen Dank fürs Zuhören. Alles Liebe. Danke aus. Schönen Grüßen. Tschüss.